3 abtäger gar nicht mehr habe ich mir so gedacht dass wir gewiss haben das passt ja wenn ich mal wieder aufhören kann ich angreifen daneben verdammt am ziel vorbei und macht nichts wird was sagen hätte es wäre krass wenn ich nur zu stürmen könnte so bekommen wir das er wollte aber auch gekriegt sehr schön und jetzt auf zur hauptnissen sie haben wollen 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 da das ist deutsch ist er könnte man mit denen deutsche Piratenlieder gab es damals nicht schade ist das deutsch dass Deutschland keine Piraten Zukunft hatte keine piraterische Vergangenheit also keine größere wär schon cool so ein deutscher Pirat oder ich hab irgendwann irgendwas verpasst da liegt doch eine Truhe die nehme ich auf jeden Fall mit wenn ich schon mal so nah dran vorbeisegeln die Traub- und Brahmsägel halbes Segel fangt etwas Wetter ein lehsegel einholen so schnell runter verlassen haltet kräftig dagegen fluppt Captain ist außenwärts ja ja schon passt schon so machen wir hier eine Schatzfuhr noch was sind das für die Vieh was soll denn das sein was ist ein Alien also Flamingos ist es bestimmt nicht komisches Vieh naja ok und hopp 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 und heieiei Hebsida guck mal die Segel sind eingeklappt während wir stehen auch geil hat es mir bis jetzt noch gar nichts aufgefallen was sind noch nicht aufgefallen flupp Hipp Captain am Bruder Und weiter geht's. Das ist ein Pirat, oder wie? Oh, okay, gut. Ziemlich billig. Die Belagerung von Scharztau... Oh, Moment. Achso, hier muss ich hin. Achso, das waren Feinde. Ja, das waren Freunde, meine ich. Feuer! Nachladen. Der nächste Triff. Flup. So. Bereit zu feuern, Keck? Nee, danke, ich mache das mal die Mission. Los geht's. Endlich wieder die Hauptmission. Wer ist das? Ach, hier, das ist. Hey, O'Barnett. Endlich deine eigene Flagge. Ja, Blackbird schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig. Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe, stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gab. Danke, Sir. Möge die See euch gewogen sein. Was für ein netter Kerl. Oh, dann segelt selbst. Besteluste, sie haben so seit Rang 38.000. Ach du Scheiße, sind wir schlecht. Dum, 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 dum. Na nun, boah, sind das für geile Bäume. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin war meine einzige Forderung. Und doch. Sechs Tage, Gott, verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen. Wer ist der Typ? Seht ihr das? Die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist das geil. Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Rolle. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sehen dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gebt mir einen Tag. Ganz schön große Stadt da hinten. Das ist echt mal eine geile Mission. Das ist versteckt im Niedel. Ich mach das schon. Keine Angst. Wir dürfen nicht in die Kreise. Uh. Wir dürfen nicht in die Kreise geraten. Wir müssen noch ein Wachtraum. Ja, ich bin dabei. Auf keinen. Segel rauf. Oh. Das ist unkürzt. Ah, ich kann da nicht durch. Ich kann da nicht durch. Ich muss, 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 muss. Rum, rum, rum. Rum, 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 rum. Nehmen wir Fahrt auf. Leer Segel setzen. Um. Okay. Ja, ich bin dabei. Ich versuch's. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Okay. Wir kommen näher wieder. Bleib bei halbem Segel, Käpt'n. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Ich weiß, aber ich muss... Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Käpt'n. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle Halt! Nicht wahrzulegen. So. Wunderschön. Dann machen wir die Sache hier. Niemand wird Alarm schlagen. Das verspreche ich euch. Ich hätte bestimmt nicht das Leben meiner Männer abspielt für so eine Sache hier. Das ist Heber Segel. Wunderschön. Wir sind also wieder dabei. Ich seh' sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Das Schild ist für das offene Meer gebaut. Nicht für den Bayou. Ich zeig... Ich zeig dir, wofür dieses Schild... Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Oh, oh, das sieht richtig mies aus. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Sie dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Immer mit der Ruhe, Käpt'n. Oh, 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 oh. Stopp, 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 stopp. Nein, nein, nein. Oh, oh. Fuck. Nee, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Das war jetzt... Ich hab jetzt so drauf geachtet, da nicht zusammenzustoßen, weil die Map auch irgendwie... Es wird angezeigt, dass Land ist, aber es ist kein Star. Okay, gut, wir müssen starten hier, das ist okay. Das ist okay. Na, runter bei dir. Rund damit ja. Okay, wir müssen also... Okay, doch, wir können da lang. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Das Schiff ist für das offene Meer gebaut und nicht für den Bayou. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Alle Segel einholen. Wir dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. So ein Schiff kann eigentlich gar nicht unbemerkt bleiben, aber okay. Aufgeilen. Segelwaffe. Okay, das war nicht gut. Trimmung lockern. Hauptsegelwaffe. Ich weiß, was ich tue. Einholen. Großsegelwaffe. Fahr weiter. Fahr weiter. Okay. Jetzt halbe Segel. Alle Bergen. Die hält an, oder? Nehmen wir Vater auf. Hat die angehalten? Das wollte ich doch noch nicht. Ach, Mann. Du bist so ein Held manchmal. Ach, wunderschön. Na bitte, 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 bleib. Na. Manchmal, gell? Aber nur manchmal. So. Bist du blöde? Lauf doch mal nochmal weiter. Was zum? Hier gibt es ein Trogodiler. Ach, wunderschön. Das ist das nicht lustig. Lalalala. Was muss ich denn machen hier? Ich komme nicht mehr aus. Ich komme nicht mehr aus. Ernsthaft. Ich habe weder gesehen, dass meine Lebensanzeige geschrumpft ist. Ach, vergiss es. Okay. Nochmal der ganze Mist von vorn. Wo bin ich denn hier? Alter, was ist das denn? Wer war denn so blöd? Da komm, los, los, los. Raus aus dem Wasser. Bist du nur so blöd? Oh, das gibt es doch gar nicht. Wenn er nicht selbst der Teufel ist, dann steht er sicher mit ihm im Runde. Sei bloß dankbar, dass sein Schirm vor Anker liegt und sich Teilweg mit Nachtschalstown hineinwarnt. Wir warten packen. Jemand muss etwas unternehmen, am Ende wird man sie alle kriegen und zwar jeden Einzelnen. Ernsthaft. Es tut mir leid, ich bin gerade sehr konzentriert, aber anscheinend bringt das hier nichts. Und das Problem an der Sache ist, dass ich gerade noch so unkonzentriert bin. Jetzt fange ich wieder hier an. Gibt es da alles Angst? Oh, nee. Okay, diesmal bin ich turbegekommen. Okay, jetzt reden sie gleich über. Muss schon ziemlich blöd sein, um sowas zu glauben. Okay. Sei bloß dankbar, dass er vor Anker liegt und sich Teilweg mit Nachtschalstown hineinwarnt. Dieses Krackenpack. Jemand muss etwas unternehmen, am Ende wird man sie alle kriegen, und zwar jeden Einzelnen. Bis zum nächsten Mal.